so weiter geht's mit luigi's mansion 3 kurz zum finale so gesehen und ja so gesehen ist so ich bin zwar nicht ganz da aber ich bin auf das ziel geraten würde ich mal sagen so der scheint ihr schnuchzimmer zu sein für gewisse andere sachen oder es ist ein vorführsaal weil josh könnte der lehrmann hier im fernseher sein oder sieht nicht so aus ok moment aber was mache ich denn mit dir jetzt geld rausgekommen aus dem ding scheint nicht so geleben das ist gut was kann ich aus euch nur noch ausfüllen hier aus der wand ich offenbar nicht gut dass die gleiche statu das ist eine andere statu das kann ich mit dir das schweinlichen welt da oben treffen 6000 geldsteine gesammelt dafür gibt es auch erschienen zu sohn bist auch gott das ist irgendwie erschienen mittlerweile doch nicht mehr so sehr mag also klar an sich mag ich sie schon rein vom prinzip weil man halt dann auch ein bisschen was tun hat an extra kram der vielleicht auch ein bisschen aufwendiger ist aber so eine theorie im endeffekt ist es halt auch nicht so geil weil keine ahnung ist aber das schwachsinnige sachen sind auf der einen zum beispiel war es dass man halt hier keine ahnung zehn mal den fleischküter werfen muss eine masse von zehn zombis die musik kommt mir bekannt vor drück jetzt sagt man beides nichts nicht da irgendwas verdrücken die wir irgendwas machen können warte mal kann ich ja ich will die kugel haben die kugel gib mir die kugel habe ich gesagt ich will da oben hinschießen kommt doch nicht raus jetzt ungefähr dahin zielen ok den habe ich weggeglitscht den komischen pot ok den habe ich getroffen nochmal mit dem kann ich nichts machen ok so dann hier das windrad mal drehen ok 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 kann ich dich da durchlaufen lassen einfach? Nein, du machst instant sowas. Unterfallen kann ich auch. Okay, dann nehme ich Schaden. Interessant. Gehe Ebene weiter. Doch kein Schnur-Schnurraum offenbar. Ach, Moment. Das hier ist, das ist ein Diorama aus dem zweiten Teil auf jeden Fall. Ist das die Hauptvilla? Oder was ist das? Ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ist das jetzt ein Mehlspiel? Oder was passiert jetzt hier? Okay. Von mir aus. Die ganzen kleinen, sexierigen Kinder, die sich da erschrocken haben. Ach ja. Ja, da oben da ist irgendwie der Finstermohr und das war das Ding, was man im zweiten Teil einsammeln musste in jeder Villa, in jedem Gemäuer. Aber da war es halt zum Glück, da war es halt auch themengebunden, so ein bisschen. Aber da war es halt dann jeweils ein eigenständiges Objekt und im Hotel, da ist es halt irgendwie so ein bisschen fragwürdig. Da halt dann irgendwie so was wie ein Filmstudio ist. Kann ich den eigentlich einsammeln? Nee. Warte mal, dich kann ich hier durchkacken, oder? Nein, das ist klar. Das ist offenbar. Hm. Okay, ein zweiter nochmal. Aha. Ja, okay. Gut. Ich habe es gecheckt. Nein, nein, nein. Weiter, 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 weiter. 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 Direkt da oben einstehen lassen müssen. Was zum Teufel war das? Das war jetzt sehr interessant. Ich bin von links nach rechts geflogen. Ich nehme gerade nur Schaden durch Umgebung. Das ist cool. Macht Spaß. Nein, ach komm, jetzt ist er daran kaputt gegangen. Oh. Ey. Was für eine Zeitverschwendung. Nichts zu eilig ab. So, wieder rückwärts. Äh. Nein, ich wollte doch den richtigen Luigi jetzt da oben hinschicken. Okay, jetzt warte ich aber, bis das Ding angehalten hat. Gut. Ah ne, dich kann ich einfach so umlegen, oder was? Ja. Ja. Warte, ich gehe mal rückwärts jetzt, weil sonst gehe ich hier eh länger. Weiß was ich muss. So, dich muss ich sowieso nicht. Hier kann ich nichts machen. Anhalten bitte. Danke. So, Schlüssel Nummer zwei. Aber auch hier ist die Reihenfolge der Schlüssel nicht richtig rum. Interessant. So, die unten kriegt doch bestimmt jetzt irgendwas, um das Feuer oben auszumachen, oder? Ganz viele kleine Bubu-Tassen. Noch so ein gemisches Bällchen. Was soll ich mit den ganzen Bällchen? Ziehen. Hm. Wo kommt das ganze Geld her? Ich bin verwirrt. Ja, hier dreht sich der Teller, oder was es ist. Hm. Tony ist ein bisschen verwirrt. Und das Prinzip, was er jetzt machen soll, um da hinten durchzukommen. Ich meine, das Wichtige habe ich jetzt. Was? Muss ich Double Time? Nein. Schauen wir nicht. Okay, das funktioniert auch nicht. Hä? Hä? Was soll ich machen? Soll ich hier irgendwas wieder erscheinen? Aha. Weiß nicht, was ich da wieder erscheinen lassen kann, aber ich kann irgendwas wieder erscheinen lassen. Komm her. Ja. Komm her, du bist Vieh. Ah, nur so ein Kissen für Geld. Ist ja lame. Wie komme ich da durch? Muss ja quasi jetzt... Ist das echt nichts mit dem Plattenspieler zu tun? Muss doch, oder nicht? Hm. Hm. Das checke ich jetzt gerade nicht so ganz. Naja, mit zwei Pusten bringt auch nichts. Ach komm, bin ich blöd. Moment. Nein. Luigi weiterpusten solltest Rechtsklick machen. Oh, bin ich blöd. Das mache ich vor allem, ich mache das nur für Geld. Ich dachte, da ist ein Juwel hinter oder so. Oh, okay. Und ich stehe an diesem dummen Plattenspieler. Hey. Nee, komm. Ich fühle mich getrollt. Danke, Spiel. Ich hoffe, ich muss nicht wieder gegen Geister kämpfen. Hier kann ich was erscheinen lassen. Ja, er spawnt wieder in mir. Gut, ich bin schon zurückgegangen. Das war meine Schuld irgendwo, aber trotzdem. Ist ja trotzdem nicht nett. Gar nicht nett. Zack. Dass ich gerade 100 Perlen oder so einsammle, ist auch ein Achievement. Irgendwas vorstellen. Da ist irgendein Zipfel. Hier ist ein... Ach, das Ding ist hier ein Zipfel. Das war nicht komplett zu erkennen, finde ich, aber okay. Vor allem so komplett random irgendwie. Oh, ja. Ist hier eine Tür? Ne, dahinter ist noch irgendwas. Moment. Ah, da ist ein Ding. Ein Bild. Mit Geld. Weil man das jetzt ja auch unbedingt noch braucht zum jetzigen Zeitpunkt im Spiel. Just saying. Halt, Moment. Da ist eine Tür. Die ich kein Stück gesehen habe. Sag, ich wollte gerade sagen. Irgendwas fehlt sich doch da. Das ist ihr Plaza vor Schnu-Schnu. Okay. Sie hat so eine kleine Obsession mit König Buhu offenbar. Und Parfüm. Und Schminke. Oder was auch immer so ein Kästchen ist. Könntest du... Bitte, danke. Ja. Nein. Ja. Zack. Hm. Ach so, hier sind auch wieder Laser. Hat sie einen kaputten Spiegel? Warum hat sie einen kaputten Spiegel? Hm. Mhm. Ich will nicht Wuhu Panto... Aua. Da war schon der Strahl. Okay. Das wäre jetzt geiler gewesen, irgendwie wenn ich... schon die Laser aus hätte. Aber... Okay. Muss ja nicht. Spiel. Man muss ja nicht warten mit sowas. Irgendwas sehe ich dann hier im Spiegel. Nur eine Lampe... Ah, das Lampe auf dem Nachttisch. Okay. Uh. Ich habe ihre Puppe und das Kleid ausgezogen. Ulala. Und da ist was zum Ziehen. Wieso habe ich ein Piep-Geräusch? Ich habe volles Leben. Es ist jetzt eine leichte Verarsche irgendwie, aber okay. Ich wollte gerade sagen... Moment, ich muss doch irgendwie... Komm ich da drunter durch? Nein, komm ich nicht. Ähm... Kann ich noch weiter auseinander machen, oder was? Kann ich ihren Spiegel kaputt machen? Also ganz kaputt machen? Kann ich ihren Spiegel nutzen, um damit... die Laser umzudrehen? Hier drehen. Wieso kann er nicht einfach übers Bett klettern? Wie ihr normaler Mensch. Hm. Kann ich den Schemel? Den kann ich auch nicht. Fehlt hier irgendwas... Ah, da fehlt ein Kissen. Ja. Ein Kissen. Ein Kissen. Also nichts Wichtiges. Also das Kissen kann auf einmal... Laser abwehren. Und das bezweifle ich. Hm. Kann ich den Kasten irgendwie benutzen? Nein. Ich kann durchschießen. Ah. Nein, damit habe ich echt nur das gemacht. Keine Ahnung. Kann ich da irgendwie einfach so dran vorbeilatschen? Ah, ich kann einfach so dran vorbeilatschen. Okay. Ist ja teilweise echt pixelgenau, oder? Sag mir nicht. Ja, doch. Wir haben die doch. Ich wollte gerade sagen. Ist jetzt merkwürdig gewesen, wenn nicht. Oh. Okay. Äh. Was zum? Okay. Das ist interessant. Aber ein Laserstreif. Scheiße. Ich mag das Ding nicht, Mama. Mach das weg. Ich mag das Ding nicht, Mama. Mach das weg. Ich moe. Ich muss mir. Es geht wieder nach unten. Du sollst oben bleiben, du Mistding. Okay, das mache ich jetzt erst mal mit ihm weiter. Das ist mir gerade ein bisschen zu blöd, was er immer hier machen soll. Nein, das hat schon nichts gebracht. Ich meine, ich verstehe ansatzweise, was ich machen soll, das ist echt eine Fummelarbeit. Weil man kann das halt so schwer erkennen und ich zumindest. Andererseits, fuck it, ich wollte es einfach nur passgenau machen. Das war das Problem. Okay. So, das gleiche jetzt noch mal ein bisschen entspannter. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt noch mal ein entspannter vorm Bild auf der anderen Seite. Gott. Ja, 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 nein, nochmal eine Etage, ja, scheiße, jetzt habe ich alle Zeit der Welt. Das ist gar nicht schwer. Aber irgendwie will ich da unten auch nochmal kommen. Möchte ich ja merken. Schneller, 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 schneller und runter da. Nimm den Schlüssel. Nimm ihn einfach. So. Wenn ich jetzt nicht drauf gehen, gibt es jetzt erst Luigi diesen Schlüssel. Findest du bitte? Danke. Okay. Take your key. Noch mehr Schlüssel irgendwie weiß ich. Nee. Okay, ignorieren wir Luigi. Also Luigi Luigi. Waren da unten nicht auch noch Laserstrahlen? Nein, 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 nein. Ach, scheiße. Kann man da irgendwie nach unten? Lassen wir uns mal. Nein. Offenbar nicht. Da unten scheinen keine Kammern zu sein, das ist einfach nur Verzierung. Okay. Wie viele von den scheiß Viechern kommen jetzt hier noch? Das ist so ein ekelhafter Mechanismus. Was? Weil sonst muss ich das sogar schon machen, um hier der Seite wieder da hinzukommen, damit ich das Ding wieder drehen kann. So. Geht das überhaupt? Nochmal? Hallo? Aha, ist das auch wieder versteckt alles? Kann ich jetzt noch irgendwas anleuchten hier? Ne, nichts. Da, da. Niente. Ne, okay. Leuchtet der Schlüssel immer wieder auf. Ach nein. Oh, super. Ja. Great. Ein langer Gang für den Geist. Was kommt da jetzt zum Mist? Wie? Ach so, nur die Armada vom Blauen. Alle mit jeder Art von Mist. Waffe. Ähm. Okay. Kann ich nicht einfach direkt das machen? Das ist auch gut, aber das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Ding nur mitnehmen. auf den erstbesten Geist draufschlagen. Oder auch nicht. Ja, ja. Ganz her und schlag die anderen, schlag die anderen, schlag die anderen. So war das nicht geplant. Aber okay. Das ist halbwegs ziemlich. Aber lieber eine Armada vom Blauen als... Was? Was? Es ist gelogen. Nein, ihr nehmt alle eure Sachen runter. Ja, ja. Alle. Alle lassen jetzt ihre Sachen los. Nein, komm. Schlag drauf. Schlag drauf. Schlag drauf. Nein, nein, nein. Ja, ja. Schlagen. 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 Alle. Einfach nur erschlagen. Das war so ein bisschen... Easy Mode, aber... Von mir aus. Ja, pack deine Sonnenbrille weg. Von mir her. Der ist bald blind. Okay. Auch gut. Oh Gott. Ach, und ich sehe, wo ich die Schlüssel brauche. Okay. Oder ist das ein Doppelboss? Dass ich gegen zwei gleichzeitig kämpfen muss? Oh Gott, bitte nicht. Mir haben schon die drei Tanten gereicht. Oh, Moment halt. Das ist ein Salty, Angry... Ich will einmal... Hauptsache, es ist ein Salty, Angry... Das Ding ist durch und durch auf ihn drauf gegangen. Es ist sehr interessant. Vor allem, wenn Luigi einfach nach oben guckt. Ich sehe das Ding gar nicht vor mir. Einfach weitermachen. Die Lampe macht das schon. Ich wüsste, als ob es das gar nicht geben würde. Ja. Er tritt gegen. Kriegt nichts daraus. Wow. Moment. Jetzt auch nicht. Super. Hm. Noch einen Spinkasten von ihr. Mitten im Weg. Interessant. Auf jeden Fall ein interessantes Penthouse. Ist der Boden echt uneben oder ist das Licht? Es ist Sand, oder was? Was? Das ist Sand. Okay. Klingt das mir was, wenn ich den Sand aufsauge? Den Ball ist in der Tür. Na. Komm, ich drücke doch die beiden Knöpfe. Drücke L und R. So, die Cap von dem. Hm. Ist hier noch irgendwas zu entdecken? Die dramatische Musik jetzt. Obwohl hier nichts mehr ist. Zack. Bömpeln. Ich muss ja sagen, den Bosskampf gegen König Buhu im zweiten Teil fand ich relativ schwer. Rein von der Grundmechanik, denn vom Fight. War halt auch teilweise echt ein Jump and Run Parcours oder ein Hindernis Parcours. Der im ersten war halt einfach, ja, wonky. Keine Ahnung. Fällt das deutsche Wort für nicht ein. Schwammig? Na, nicht ganz, aber so in die Richtung. Die stehen in sehr viele verschiedene Richtungen. Warum? Ich konnte einen rausholen. Warum die restlichen nicht? Kann ich... Kann ich... Kann ich das Regal damit umziehen? Nee. Es ist halt... Ja, ihre Obsession mit König Buhu, aber trotzdem. Ah, jetzt kann ich dich auch rausnehmen oder was? Oh, die restlichen nicht mehr, weil die sind jetzt so weit weg. Oder nicht? Ja. Nebel? Oder ist das Glas einfach nur mit einem komischen Effekt? Glas mit einem komischen Effekt, okay. Von mir aus. So, hier gab es noch ein bisschen mehr Sand irgendwo. Irgendwann mal. Moment. Davor auch schon so eine Fratze gemacht. Kann sein. War das nicht hier sogar, in dem mittleren Weg, am Anfang? Nee, am Rand glaube ich nicht, nee. Ach, das sind... Ah, das sind einfach nur Glasscheiben dazwischen. Hm, okay. Interessant. Halt. Nee, das ist einfach nur... Eine random Statue, der sagen kann, dass das noch ein Juwel ist. Aber wo können jetzt doch die Juwelen sein? Ein bisschen fehlen wir die halt jetzt schon, muss ich sagen. Ein kleines bisschen. Hm. Aber wo ist der Sand hin? Irgendeinen Weg hat man noch Sand gehabt. War das doch der einzige Weg da in der Mitte, oder was? Hier ist nichts mehr. Oh. Was bist du für ein Raum? Wadzimmer. Da ist ein Gewild drin, oder? Nee. Das ist der Schlüssel. der raum erinnert mich an sunshine so ein kleines bisschen das ist kein gutes omen weil ich in diesen raum damals immer sehr schwer eingefunden habe kannst du auch kann man sich doch durchdrücken okay das ist schwer hier kann ich mich hier entstellen zu früh zu früh hey müsste gereicht haben was habe ich den einmal ich kann ihn abstellen ja ich kann ihn abstellen ich gehe mal da runter ich sage übrigens mal so in so einer dusche würde ich nicht duschen gehen mit so einem riesigen abfluss im fitnessbereich war es noch vertretbar weil das ding außerhalb der dusche war aber in der dusche so riesigen abfluss nee danke ist das eigentlich normal dass man ich bin klar in japan hat man glaube ich immer unter den häusern so ein bisschen spielraum ja da sehe ich schon was haben möchte nein erstmal gehen da oben bitte nein mit licht danke aber ist das grundsätzlich normal dass man halt in neueren hotels dann so einen großen ja bereich drunter hat damit man halt warten kann eigentlich ja nicht oder ich meine das würde sinn machen aber es wird halt platz ohne ende brauchen um an die rohre und das kann zu kommen was ach so ich hätte auch einfach hätte auch so einfach da hinkommen können oder was wollte ich mir jetzt nicht sagen da sind die rohre eigentlich im weg einfach nur runter doch halt man aber nicht ganz ok halt halt da war aber noch ein pümpel setzen wenn ich hier noch pümpeln das wollte zwar nicht genau so machen aber es hat trotzdem funktioniert aber wasser an das ist jetzt müssen hart muss ich ja schon quasi vorher überlegen was ich machen muss golden nennen ja doch goldes klettenpapier mit geld scheinen auch noch ok super da ist eine toilette oben dran das ist irgendwie nicht korrekt ganz und gar nicht korrekt ach da wirst du einmal wasser da ok kann ich was ist der hebel hier und gar nichts hier so ist die toilette oben an der decke nur so rein aus neugier warum ist die toilette mitten oben in der luft mein geist hin oder her ist die spüle klinke oder und ich runter wollen die ausscheinend nicht kann man nicht auch meine einmal überhaupt ich glaube nicht gibt es ein wasserhahn ein kleiner knüch buch schwimmreif wie 40 wie gesagt warum fliegt die toilette da oben in der luft das ist irritiert und stört mich so ein bisschen wird der buches habe ich alle gefunden ist halt die frage mit juwelen fehlen noch zwei juwelen oder ich habe jetzt zwar 32 minuten auf dem timer aber ich glaube das finale will ich doch komplett an sich angehen das scheint ja echt der final kampfer zu werden dann weil hier geht sondern links und rechts weiter wieder was man die wege ok ok ja hat sich was mit haben die statua kaputt gemacht hauptsache ich darf jetzt von der perspektive ausgucken deswegen darf ich von hier ausgucken ein bisschen paroniert sind die hier schon mit den ganzen überwachungsanlagen oder lass mich raten ja habe ich gerade den schaden gedodget durch den schlag oder was war so dann machen wir so was noch mal so ja ich kann den clip schon verstehen ist es schon so ein bisschen glücklich aber es ist trotzdem noch einfach da war der boss weit immer noch schwerer mal schon sagen da musste hier kommst du mal auch wieder zu mir so ja 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 lass dich einsaugen und schlagen passt das ja ok und der schlüssel geht echt unter die zahl von den knochen ist das gefällt mir nicht das ist für mich so ein kleiner schönheitsmakel aber ok ich muss drüber wegsehen äh nee ich will jetzt einfach kurz zum labor hin und ich kaufe mir jetzt die letzten zwei dinge damit ich gucken kann wo die juwelen sind dafür gebe ich jetzt noch mal geld aus damit ich das hinter mir habe 2 k 2 kaufen 1 ich will wissen wo ich es übersehen habe wenn die jetzt noch kommen sollten in irgendeinem raum dann bin ich verwundert ok aha ja und da habe ich übersehen wo habe ich denn hier den übersehen wie gesagt ich weiß nicht wie lange der boss weit dauert dementsprechend ich mache das jetzt auch in dem part weil ich will jetzt keinen weiteren dann noch anfangen wieder aber wo habe ich denn jetzt hier den übersehen ich doch was auf der anderen seite übersehen weil ich vielleicht noch weiter nach oben gehen oder kann ich moment nicht die beide gleichzeitig ziehen noch irgendwas aktivieren sehr interessant das ist ja bescheuert aber theoretisch da kann ich auch nichts machen das ist ein dach doch was da oben ist was und da brauche ich guiichi für ok ich zuerst mit guiichi her gehen müssen wahrscheinlich ja passt ok das ist doch relativ simpel und einfach ich hätte jetzt aber muss auch sagen ich hätte oben jetzt nicht nachgeguckt ich hätte halt mein verdacht war halt auf weiter unten dann im bereich aber ok das war eigentlich einen besseren trick als meinen eventuell springen aber das hier funktioniert halt auch mit beiden halt abwechselnd springen das wäre auch eine option aber ich glaube das wäre zu viel fingerfuck für den controller ja jetzt gehst du einfach da durch jeder durch und hopps runter Sherlock so ungefähr wir nehmen keinen Fall schaden ich habe ja jetzt das Juwel oder ja habe ich ok und wo habe ich den jetzt übersehen im ersten Raum wo ich überhaupt drinne war das würde mich jetzt mal interessieren wo ich denn da in der Bücherei vergessen habe echt mich so blind hier angestellt ich meine ich wollte relativ schnell wieder raus aus dem Raum das stimmt schon aber habe ich mich echt so blöd hier angestellt Moment einfach Müllarmat drinne vielleicht so groß ist der Teil ja gar nicht eigentlich kann ja fast nur hier sein eigentlich oder der Goldgeist war das besondere hier in dem Zimmer oder muss ich doch das Buch weiter durchgehen ich habe mit dem Buch halt auch nichts zu tun ich habe irgendwas übersehen was sollst du die Bücher da oben festhängen okay ich weiß gerade nicht wo ich hier jetzt was übersehen habe irgendwas aus dem Regal ziehen ich bin jetzt gerade echt ein bisschen zu hoch hier was ich jetzt hier übersehen sollen habe haben soll so rum so rum macht der Satz in Uni so nicht anders ne vielleicht kaputt machen ne ne kann ich die komischen ne kann ich auch nicht ah verstehe ich nicht so ganz Moment ah Moment nein die gehen aber da nicht raus oder fehlen hier dann die Bücher äh ich check's nicht was fehlt mir hier es ist für mich ja nicht ersichtlich was ich hier machen soll für das Juwel Moment Moment es wird mit den Büchern da zu tun haben wir machen ah ah näh hä hä unter ihm vielleicht im raum darunter wussen? nah i don't get it uh i don't get it at all i guess uh yeah was soll ich denn da machen? ich bin quasi genau da drunter eigentlich oder sehe ich das falsch? kann ich die laser wieder anmachen? nein kann ich nicht das buch kann ich auch noch nicht nochmal anschießen oder? ne offen ist offen äh muss ich das muss ich ein buch finden was ich da rein stellen kann? muss ich das fehlende buch finden? ah ok ja gut ok hab's alleine rausgefunden es ist halt nicht immer ein ihr licht was etwas verschwinden lässt sondern manchmal auch einfach nur unordnung ebte und rein mit dem buch wäre schon so ein bisschen mies oder? alle jubilen gesammelt penthouse jubilen komplett ja gut alle burus habe ich gefunden alle juwilen habe ich gefunden ähm keine seltenen geister ich weiß auch nicht was mit denen auf sich hat wenn die erst im new game plus oder so kommen ja dann leckt mich am arsch spiel weil dann i don't care oder multiplayer da hab ich auch keinen bock drauf dann äh außer dass es halt jetzt ein modus immer kurz zeigen kann aber ansonsten ist mir das egal gut dann würde ich sagen stelle ich mich hier vor und mache jetzt mal pause jetzt habe ich mir zwei stunden gespielt aber ich werde jetzt das finale auch noch machen komm sonst kann ich nicht ruhig schlafen wenn ich das finale jetzt nicht gemacht habe nachher meine ich hoffentlich drei stunden wahrscheinlich eher vier stunden und dann habe ich mir zu wenig schlaf für die nachtschicht eigentlich aber es ist ja nur eine und dann habe ich erst den donnerstag freitag und das sind 22 uhr schichten dann habe ich samstag frei und dann darf ich sonntag montag zwölfer wieder machen juhu ich habe keinen bock äh weil ich gucke jetzt halt die ganzen serien die ich da gucken wollte nebenbei die gucke ich halt jetzt das ist so ein bisschen unpraktisch aber egal dann habe ich halt mehr zeit wie paper mario eventuell weil ich glaube paper mario werde ich halt im gegensatz zu im gegensatz zu luigi's mansion 3 äh nicht weiter am stream spielen beziehungsweise aufnehmen weil das ist mir dann da ist mir zu viel geredet drin bei dem habe ich es noch durch gelassen weil ja ist action adventure auch äh ok nehmen wir so eine gleiche in die sich halt so ein bisschen aber in dem sinne halt hier ist es halt angenehmer durchzulaufen einfach so zu quatschen bei paper mario muss ja mit so vielen totstorm wahrscheinlich reden und charakteren da habe ich keinen bock drauf und ich brauche irgendwas das ich auf der arbeit spielen kann vielleicht auch hybrid warriors aber das ist eigentlich will ich das auch im stream mal anspielen anspielen will ich halt zumindest im stream solche spiele halt immer und ich sag mal so solange ich nicht äh ja keine ahnung paper mario als stream-reihe anfange dann äh also nicht komplett anfange muss ich halt auch die älteren teile nicht spielen wobei den zweiten würde ich ja gerne mal spielen weil den habe ich halt nie gespielt und den ersten würde ich ja echt gerne nochmal im dingen spielen und der dreht halt einfach eine geile story aber ich muss jetzt auch nicht das irgendwie zu zeigen weil dafür sind zu wenige leute bei mir die ist dann auch interessiert da habe ich die falsche zielgruppe und warum zum teufel ist diese schokolade so komisch klebrig also gut klebrig an sich schon aber die ist so komisch weich wie knetmasse jetzt gerade die ist nicht geschmolzen die ist einfach nur knetig geworden ja wie gesagt und ich habe so ein bisschen bock auf mario hex ich habe noch dark souls 3 den versuch mit sr1 mal gucken wie weit ich damit komme und wie damit ich bock habe und ja ich glaube so elvis virtual könnte auch schon ein gebiet werden wo ich dann verkacken könnte so ein bisschen zumindest glaube ich das weil habe ich damals schon so ganz knapp nur geschafft aber naja das ist dann zukunftsmusik von nächster woche ich würde dann sagen ich kriege ja bauchweh merke ich verdammt gehe jetzt nochmal auf klette vorher keine lust ja ich glaube ich mache jetzt erstmal hier den cut und dann gleich finale hoffentlich wenn dann noch eine ebene kommt dann kriege ich es kotzen dann mache ich doch erst nächste woche weiter aber ich gehe davon aus dass jetzt zwei boss fights miteinander kommen werden oder zumindest ein boss fight auf jeden fall wie nah da mindestens wahrscheinlich hilft sie echt einfach nur König Boohoo so ein bisschen oder jetzt kommt das spiel gleich mit einer ganz tollen story twist an ja jetzt darfst du nochmal den ganzen Turm von oben nach unten laufen um Peach zu besorgen äh ja besorgen vor allem um Peach zu bekommen äh Peach ja Peach manchmal versagt mein Sprachmodul so besserweise egal so ich habe jetzt eh schon lange genug aufgenommen dementsprechend bis zum nächsten Part wahrscheinlich der finale Part gehe ich von aus und ja dann würde ich sagen tschau